so muss das so muss das nicht anders gehen also ja 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 mir geht es gut ja ja super ja du es ist gar nicht so ja ja natürlich habe die unterhosen gebügelt ja ja du musst jetzt aber wir sehen uns immer ja der oma geht es gut das freut mich das ist super das ist super für die oma ja ja dann sehen wir uns morgen ja ja tschüss ja tschüss ach nee auch noch was ist sonntagnachmittag du weißt ganz genau ich will am sonntagnachmittag nicht gestört werden ich zocke wir sehen uns morgen man was soll das jedes mal das gleiche wiederum geht es besser ja es ist mir scheiße egal ob es dir besser geht oder nicht ja you make me wieder fuck scheiße woher endlich meine pizza es tut mir leid dass es zu spät geworden ist aber ich stand im stau ja kein problem also ich bin auch schon mal im stau gestanden hier der rest ist für sie dankeschön meine pizza endlich mit schimpf die dreckspizza ich warte schon wieder zwei stunden hier genau jede pizze aus wenn man es hier ist dein Tricksgeld also kein Geld gibt es keins heul leiser spaßt echt dämliche pizza ficker ja aber schau mal meine geile medaille habe ich beim laser tag gewonnen laser tag ja das ist ja wahnsinn ist ja auch ein interessanter sport generell ich bin total stolz auf dich dankeschön so stolz auf dich danke ja Alex schau mal diese medaille habe ich gerade beim laser tag gewonnen geil oder laser tag ja das ist das pew 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 ich bin tot scheiße da wo überhaupt bei der gll das ist 2017 junge ich bin doch keiner bei gll ich passt das stimmt schon aber das kann man auch netter sagen hey Alex wir haben wieder eine endcard guck mal das sind unsere alten videos wir waren so schlecht da unten kann man kommentieren und ein abo da lassen und ein daumen hoch ganz wichtig wow toll daumen hoch Abo da lassen interessiert keine sau das ist einfach nur ein billiger abschloss von den entertainer dieser ganze kanal bringt doch nichts ganz ehrlich ich mache mein eigenes und was ja was innovatives zb minecraft let's plays hat noch keiner bin raus übrigens dein mutter kocht schlecht